Du weißt schon, das Gegenteil von Leben und so Ich hab'n Schutzschritt grau hinein Ich komm' da nicht raus, ich dachte da wird's... Och Gott, da ist auch noch dieses andere Ding da War hier nicht der Teleporter drin? Nein, leider nicht Sterben, sterben Nächste Sterben Du mich verstehen? Du Deutsch? Wenn nein, du verschwindest aus meinem Land Ihr nur erlaubt, der, der spricht einwandfreies Deutsch wie ich Weniger perfekt sprechend Deutsch wie ich Du verschwindel Wirklich den Teleporter hier aktiviert Wieso zeigt sich dieses Ding von den Raketen so unbeeindruckt? Warum bin ich schon wieder tot? Warum haltet ihr nicht näher auf? Was macht ihr überhaupt? Ihr seid total nutzlos mal wieder Ihr könnt fast meinen, ich spiele hier alleine Dabei rede ich doch die ganze Zeit mit euch hier Minder werde ich ein Stück Drecks Dinger Thanks Bombs Puls ist da Ich hätte die Idee, ich töre es mit Puls, aber ich glaube, dazu müsste ich es erst mal treffen Was doch nicht so ganz einfach ist wie gedacht Ich hätte gerne jetzt die SUS Teleporter aktiv Kannst du deinen Teleporter mal sonst wo hinstecken? Ich gebe mir lieber eine Waffe Wie was taugt Guck mal, ich spazier noch während ich das Spiel schon pausiert Wie geil ist Scheiße das? Jaaaaahhhh Ich gehe einfach ganz nah hin, dann kannst du nirgends mal mehr hin ausweichen Aha, brillant Vor allem weil ich da noch so gut ausweichen kann Willst du jetzt bitte mal sterben endlich? Spiel steht Es ist tot Was auch immer es ist Es ist auf jeden Fall tot Und ich habe sogar noch einen Haufen Munition Und jetzt? Oh, ich muss das drauf schieben, okay Nix gäbts Hat sie das Spiel auch gedacht? Ahhhh Nein Oh, wie praktisch Muss ich den wirklich aktivieren? Haha Haha So macht er das So, und wo ist jetzt dieser Teleporter? Hier nicht, ne? Nein, hier kann ich nicht I now have one Goldbach Ach, aber Gold ist doch keine Ahnung Was zur Aster Ast zur Hölle, war das? Was war denn das jetzt? X gibt's Fett geladen ohne Ende Wie, hatte ich da noch nie Och, ne Jetzt darf ich es nochmal töten Ah, das kann nur nach vorne schießen, wie das aussieht. Das stirbt nicht so gern. Okay, jetzt. So, weiter geht's. Alter, weiter. Was ist das? Spiel steht. Okay, ich darf nicht gleich wieder rausfliegen, dann wird alles gut. Ach, das ist eine Mine, okay. Gar nicht gesehen. Da kann ich nicht nochmal aktivieren. Nein, diese Blume. Also vorher war sie mir sympathisch mit dem Atomzeichen da. Jetzt muss ich da nochmal rausfliegen. Wir müssen wieder Gegner. Ach, leckst mich. Leck mich, Spiel. Ich gehe nach Hause. Ach, ich bin schon zu Hause, verdammt. Ich muss mal Glick gehabt spielen. Hahaha, ich bin so gut. Ich kann es kaum in Worte fassen, mein übermäßiger Skill. Oh oh. Oh oh. Wir sterben, was? Kleiner. Schut, chill. Sollte nochmal speichern. Machen wir wieder mal Insane Skill an. Ich fliege nochmal da rum eine Runde. Yeah. Beam me up, Scotty. Und rechts rein. Oh nein, das sind jetzt auch wieder Gegner, oder? Irgendwo war noch da nochmal richtig unschöne, freundlich wenig Gegner. Und freundlich viel was weiß ich. Nein. Mimmi ab. Ich bin so brillant. Ich habe einen Teleporter innerhalb dieses Schild plötzlich aufgebaut. Guck mal, fliegender Schlott. Guck mal, abstürzender Schlott. Äh. Guck mal, unsichtbarer Schlott. Hier, guck mal, Breakdance in der Schlott. Guck mal, ich Schlott. Was? Das muss ein Bug sein. Das Spiel ist so feuerpackt, man glaubt es kaum. Oh. Guck mal, liegt Zeug rum. War ja noch gar nicht so weh. Oh. Rückzug. Rückzug. Ja, jetzt habe ich dich von hinten. Jetzt fäng ich dir voll in deinen Arsch will. Finde ich voll geil. Uiuiuiui. 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 Oh oh. Soll ich vielleicht mal ein bisschen Abstand gewinnen? Puh, Abstand. Ich habe Abstand gewonnen. Auf meine Art und Weise. So ist ja noch irgendwas. Das soll ich mit Trojax hier wieder bearbeiten. Was ich natürlich nie gesagt bekommen habe. Was passiert überhaupt, wenn man die Trojax verliert, irgendwie. Geht das überhaupt? Du musst du auch. Haha. Uiuiui. Nein, ist schon wieder so ein Ding. Geh voll. Geh nach Hause. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Böse, Böse, Schöndi. Höh, wo kommst du jetzt hinter mich? Jetzt ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, keine Milizierung mehr zu haben. Das Ding ist doch nicht mal wieder hier auf. Lass mich geraten. Jetzt komme ich da runter. Nein. Da hörst du dich, Schwuchtel. Da? Nein. Dann weiß ich, wo ich lang muss. Spiel steht. Aber erst. Sarfen wir mal ab. Guck nochmal da links. Und dann fliegen wir nach da oben. Wo wir keine Gegner sehen. Fliegen hier nochmal rum. Keine Gegner. Nicht, dass er irgendwann mal hier Massenauflauf von Gegner ist. Und dann... Wie? Ich habe jetzt erwartet, dass die Tür aufgehen. Daneben da lang. Auch gut. Loch ist Loch. Da ist ein großer, roter Schalter. Und wie wir schon aus Filmen gelernt haben, muss man größer, roter Schalter immer drücken, damit irgendwas explodiert. Und dass irgendwas explodiert ist immer gut. Woher kam das? Wie für ein Enemy Bullet. Was ist das denn jetzt für eine Aussage? Was war denn das für ein Bullet, hm? Was groß, was klein, was rund. Was eckig. Was oval. Was atomar. Was biologisch. Was? Keine Ahnung. Öffentlich-rechtliches Fernsehen. Hört auf mal ein präziser. Toll. Ich bin schon wieder halb scho. Ja, genau was ich wollte. Für übrigens drei Bar und Gold. Oh, du bist ein größerer Turm, hm? Ich schieße aber auch so unkontrolliert durch die Gegend. Okay, das korrigiere ich jetzt gleich, oder? Mhm, 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 mhm. Oh, ich warte einfach bis ich hierherkomme. Bis ich mal in mein Löchlein schiebe, sich reinschieben. Ähm. Sollte auch werden, so vier per vase Anspielungen zu machen. Was machst du denn mit Anspielungen? Verstehe ich nicht. Erklär es mal. Pass auf, ich erkläre euch. Ah, fick dich. Gut, jetzt habe ich es euch ausreichend erklärt, denke ich. Ach, und ich habe mal wieder keine Munition mehr. Mhm, mhm. Oh, ich guck mal. Ich sehe ein Licht. Ich kann Licht am Ende des Tunnels sehen. Mach mal die... Lass die Tür zu. Mich am Arsch. Äh, da gibt es mir jetzt mein Zeug begraben. Da. Haha, wir sind drin eingesperrt. Und ich mache die Tür wieder auf. Und bin gleich wieder tot. Gibt es hier Spawn Protection? Wolf, ja wunderbar. Ich schaue mal in die andere Tür. Wie lange ich denn da hin? Okay. Tanzer, aber insgesamt freundlicher. Ich korrigiere mich glaube ich gleich nochmal. Ich lade nochmal einen, der etwas älter ist. Und hau ab. Gibt ja noch mehr Türen, die man mal durchfliegen kann. Viele Löcher, die man sich mal reinstecken kann. Das war jetzt natürlich eine wunderbare Idee. Und ja, es ist glaube ich gleich egal, wo ich gerade durchfliege. Ich bin für beide Türen zu schwach. Munition. Das ist mir der einfachere Weg. Nehme ich den erstmal. Ich will wahrscheinlich auch mit den anderen fliegen müssen, aber... Voll vorbei. Hey, der steht ja und fährt gar nicht. Der voll erwischt ist. Ich fliege. Ist das jetzt eine gute Idee, das Zeug da oben stehen zu lassen? Wahrscheinlich eher nicht. Ich will mir Angst in die Luft kommen. Ich muss es gar nicht so einfach herausstellen. Ich muss recht denken machen. Ich würde mal sterben. Danke, du auch. Das Ding steht ja immer noch. Ach, ist es tot. Wunderbar. Jetzt kommt das andere Ding wieder an, Flo. Ach, das ist doch zum Kotzen. Wer hätte sich dieses Scheißspiel ausgedacht? Den sollte man gleich mal hauen. Das ist die falsche Richtung. Was soll ich denn wissen, welche Richtung die richtige ist? Ach, lass mich da runter. Es ist weg. Es kommt aber gleich wieder, würde ich sagen. Ich stehe nicht. Oh, es ist tot. Es ist tot. Ich tue dich lieber auch noch. Du bist der vergleichsweise harmlose. Ist immer noch nicht tot. Goldbahn, toll. Bei Waffenenergie leben kriege ich eh wieder, wenn ich dann neu anfange. Ich bin noch nicht aktiv. Wie überraschend, der ist nicht aktiv. Wie überraschend, was mich da wohl erwartet. Oh, da kommt ja wirklich was anderes. Ich habe gedacht, da kommt jetzt nochmal dasselbe wie eben, aber... Aber fast. Was bist du denn da? Warum dreht ihr euch da so komisch? Wo ist das jetzt hier? Der Schutzstil taugt eh nix. Ha, du bist voll tot. Ich bin nicht tot, siehst du? Ich bin besser als du. Ich bin nicht ein und ein einziges Mal gestorben. In diesem Let's Play. Auch wenn ich wieder den Nachbrenner reingeworfen habe und hinten voll rausbrenne. Warum dreht ihr euch so hoch? Ich kann ja auch in die Luft sprengen. Stirb. Nein, natürlich nicht. Ich verschwende nur meine Motion. Voll nutzlos, dass ihr euch da die ganze Zeit dreht. Aber was ist das? Wer weiß schon. Gut, dass das Spiel überhaupt nicht oft abstürzt. Nein. Fünf Minuten, sechs Minuten, sechs Minz, sieben Minz, neun, neun, zehn, elf, elf, zwölf. 14, fünf. Ne, ich mal den. Haha. Munition. Ich brauche Schahyheald. 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 Das ist übrigens ein Schild, das mich schützt. Nix da, Trollchecks. Nix da. Ich habe fünf Bar Gold. Aber Gold wäre doch noch malin. Kunze oder Kilo, nicht in Bar gemessen. Ich habe drei Druckbar... Naja. Lass mich das. Oh, wie nett. Das Ding lasse ich mal stehen. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen, ne? Das ist ja Wegslingsschild oder sowas rausrücken können. Geiziges Arschloch. Da muss ich mich mal anlegen, was? Oh, ich bin ganz unten. Ich bin schon ganz unten. Also 48 Gegner. Einen lasse ich schon mal stehen. Wer legt die Minen denn da immer hin? Das ist auch so eine Frage, die ich nicht beantwortet bekomme. Nein. Kein Teleporter für einen Honk. So ganz doll traurig ich bin. Ich kann nicht in diesen großen roten Knopf hier drücken, oder ist das ein Licht? Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Gott, ich muss eine ganz schön hohe Stromrechnung haben. Der war jetzt so witzig. Das ist wie... Er lästert Gott. Äh, lieber Gott. Ich habe Solaris. Ich habe Solaris. Und im Gegensatz zu diesen Taugendienst-Suchs-Suchs-Suchs-Suchssysteme hier auch was. Vor allem wenn sie der Gegner... Ich habe aber keine Munition. Das ist natürlich eine sehr gute Kombination. Ja. Sehr gut. Press Any Key. Aber ich habe keine Any Key-Taste. Hey cool, da laufen noch Organe von mir rum. Ich habe ihn irgendwie getötet. Und ich bin bei meinem letzten Leben angekommen. So, und von da unten bin ich raufgekommen. Definitiv. Denn hier sind noch Gegner. Die sind ja immer nur vor mir, nie hinter mir. Ist klar, ne? Aha. Und er ist tot. Hallo. Ne, Zielerfassung habe ich nicht, leider. Nein, ich habe keine Solaris. Und da sind alle weg. So, die sind die Flugzeuge. Ich höre sie, aber sehe die nicht. Ich kann euch. Äh, hallo? Vielleicht kriege ich ja noch ein Extra-Life zusammen. Mann, war der schon ein Tod. So, der war ja kein Roder, ne? Vielleicht kriege ich ja noch ein Extra-Life zusammen. Das wäre cool. Ich glaube, es war eher nicht so, aber hey. Ja. Ich kriege euch alle. Machen wir den Breakdance des Todes, Baby. Goldbahn. Ich habe 8, 10, brauche ich für ein neues Leben. Ja, wenn ihr mal ein neues Leben haben wollt, kauft euch einfach 10 Goldbahnen. Sind zwar nicht teuer, aber dann habt ihr ein neues Leben. Aber kauft euch keine beschissenen Türme. Die sind scheiße. Die kommen einfach scheiße. Oder Doom 2000, das sind sie auch scheiße. Und mir geht schon wieder die Munition aus. du denn das note das hinterlässt nicht mehr munition doch die letzte mal auch noch munition und das ist mir so geizig es geht ja mal gar nicht raus fliegen abgelehnt der flash moch erwacht was zur hölle flash moch das ist übrigens ein guter moment damit mir die munition ausgeht wunderbarer moment panserung gibt es keine mehr ich habe nur noch orbit kugel und jetzt habe ich nicht mehr orbit kugeln das heißt ich schieße mit einem schuss die kunde das fleisch klumpen ding zieht sich zurück das ist eher cool oder nicht so gut ich glaube eher nicht so gut ich treffe diese kugeln so wunderbar nein ich muss ihn töten was ist das naja ein klumpen mit fleisch ne mit was soll ich das bitte töten jungs ich will nicht dass er aufwacht was ihm weiter schlagen ich fliege einfach wieder um die herum das hat doch ganz gut funktioniert einfach um ihn herum fliegen kriegen ihn vielleicht irgendwann tot ja vor allem jetzt ne wo ich ja wird bestimmt ja was zur hölle wer denkt sich so ein scheiß immer aus egal es reicht für heute habe ich gerade beschlossen es ist schon viel zu viel für heute es war es mit forsaken für heute mit irgendeinem fleischklumpen als endgegner oder zwischenboss oder was auch immer nicht so wichtig ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten mal vibrati . Unverständlich auf Luis